Wie ihr als Immobilieninvestoren von den staatlichen Unterstützungsprogrammen des letzten Jahres profitieren könnt, erfährt in diesem Video. Bis zum Ende dranbleiben lohnt sich. In den zahlreichen staatlichen Unterstützungsprogrammen des letzten Jahres waren auch ein paar Themen für Immobilieninvestoren dabei. Solltet ihr mittlerweile den Überblick verloren haben, macht das nichts, denn ich fasse euch die wichtigsten Punkte in diesem Video zusammen. Neben den vielen Regelungen und Änderungen zu den bekannten Themen wie Härtefallfonds, Corona-Kurzarbeit, Fixkostenzuschuss, Umsatzersatz, Verlustersatz und jetzt auch neu der ab Februar zu beantragende Ausfallsbonus, wurden auch für Immobilieninvestoren steuerliche Vorteile geschaffen. Diese sind zwar überschaubar, aber besser als nichts. Diese Vorteile kommen größtenteils aus dem Konjunkturstärkungsgesetz. Bevor wir uns nun diese fünf Punkte im Detail ansehen, die ich euch vorbereitet habe, schaut doch mal nach, ob ihr unseren Kanal schon abonniert habt. Wenn nicht, klickt es unten gerne auf Abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Schauen wir uns die einzelnen Punkte nun im Detail an. Erster Punkt wäre mal die degressive Abschreibung. Ihr könnt alle Wirtschaftsgüter mit Ausnahmen des Gebäudes degressiv abschreiben, also schneller abschreiben. Was kann ich alles als Immobilieninvestor noch abschreiben, außer das Gebäude? Na ja, zum Beispiel die Küche, also Einrichtungsgegenstände, aber auch zum Beispiel eine Photovoltaikanlage und so weiter. Diese könnt ihr mit maximal 30% pro Jahr abschreiben. Also im Jahr der Anschaffung 30% von den Anschaffungskosten, im nächsten Jahr 30% des Buchwertes und dann immer weiter so, bis die Nutzungsteuer vorüber ist. Ihr schreibt so mit dem ersten Jahr sehr viel und dann immer weniger ab. Punkt 2. Die Gebäudeabschreibung wird auch subventioniert, jedoch nicht durch die degressive Abschreibung, denn da hättet ihr zu viel AFA, die ihr sonst steuerlich geltend machen könnt. Stattdessen wurde eine neue Möglichkeit der Absetzung der Abschreibung eingeführt. Ihr könnt nämlich im Jahr der erstmaligen Berücksichtigung der AFA das Dreifache der Jahresabschreibung als Werbungskosten bzw. als Betriebsausgabe geltend machen. Im zweiten Jahr das Zweifache und ab dem dritten Jahr dann die ganz normale Jahresaffe, die ihr steuerlich von euren Einnahmen abziehen könnt. Ganz wichtig, die Halbjahresregelung bei der Abschreibung gibt es in diesem Fall nicht. Der dritte Punkt ist zwar nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein für alle Investoren, die ihre Immobilien nicht in einer GmbH halten. Der Eingangssteuersatz wurde ja bekanntlich rückwirkend ab 01.01.2020 von 25% auf 20% gesenkt. Ihr habt dadurch eine minimale kleine Einkommensteuersparnis. Vierter Punkt, ob Immobilieninvestoren in den Genuss des Fixkostenzuschusses oder des Verlustersatzes kommen, hängt davon ab, ob euer Unternehmen eine operative Tätigkeit ausübt. Bei einer reinen Vermietung und Verpachtung wird es sich um Vermögensverwaltung handeln, da bekommt ihr nichts leider. Solltet ihr jedoch ein Beherbergungsbetrieb sein bzw. touristische Kurzzeitvermietung anbieten, dann solltet ihr die Erfordernisse der operativen Tätigkeit erfüllen und den Fixkostenzuschuss oder den Verlustersatz beantragen können. Zu beiden Themen haben wir schon Videos auf unserem Kanal veröffentlicht. Punkt 5, die Investitionsprämie. Diese fördert auch viele Projekte im Immobilienbereich, zum Beispiel die Errichtung von Gebäuden, Sanierung und ökologisch wertvoller Investitionen. Dabei gibt es aber einiges zu beachten. Förderfähig sind nämlich die Errichtung von Betriebsgebäuden, also zum Beispiel Geschäftslokalen. Dann der Erwerb von Betriebsgebäuden direkt von Bauträgern. Hier aber nur der Anteil des Gebäudes, weil der Erwerb von Grundstücken gehört nicht dazu, sprich der wird nicht gefördert. Dann weiter aktivierungspflichtige Sanierungen oder Instandsetzungen eines bestehenden Gebäudes. Da ist es aber egal, ob das ein Wohn- oder ein Betriebsgebäude ist. Die Ausstattung von Betriebs- und Wohngebäuden mit selbstständig aktivierungspflichtigen Vermögensgegenständen, zum Beispiel Küche, Photovoltaikanlagen und so weiter, diese sind auch förderbar. Welche Immobilieninvestitionen sind jetzt nicht förderbar? Nun, einerseits der Erwerb von Gebäuden, wenn diese nicht vom Bauträger gekauft werden. Und auch, wie schon erwähnt, der Erwerb von Grundstücken. Auch der Erwerb, Bau und Ausbau von Wohngebäuden, wenn diese zur Vermietung oder zur Vermietung an Privatpersonen gedacht sind. Also das, was Immobilieninvestoren am meisten Spaß gemacht hätte. Und ganz wichtig, schaut euch unbedingt die Richtlinien zur Investitionsprämie an. Ich habe euch diese unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr müsst bis zum 28. Februar 2021 erste Maßnahmen gesetzt haben, um in den Genuss dieser Investitionsprämie zu kommen. Denn prämienfähige Investitionen sind nur solche, bei denen zwischen dem 1. August 2020 und dem 28. Februar 2021 erste Maßnahmen im Zusammenhang mit der Investition gesetzt wurden. Was versteht man jetzt unter erste Maßnahmen? Nun, das sind beispielsweise Bestellungen, Kaufverträge, Lieferungen oder der tatsächliche Baubeginn. Der Abschluss eines Generalunternehmervertrags zum Beispiel wäre so eine erste Maßnahme. Ist eine erste Maßnahme aufgrund einer ausstehenden behördlichen Genehmigung noch nicht möglich, dann gilt die Beantragung der Genehmigung vor dem 31. Oktober 2020 als so eine erste Maßnahme. Wichtig, vor dem 1. August 2020 darf keine solche Maßnahme gesetzt worden sein. Es sollen nämlich nur Investitionen innerhalb dieses Zeitraums subventioniert werden. Wer seine Investitionen schon früher begonnen hat, also früher einen Auftrag gegeben hat, geht leider leer aus, obwohl er trotzdem die Wirtschaft stärkt. Aber das sind wir ja eh schon gewohnt. Wichtig zu erwähnen wäre auch noch der Zeitraum für die Durchführung dieser Investitionen. Dieser hängt vom Investitionsvolumen ab. Bis 20 Millionen Euro Investitionsvolumen müsst ihr die Inbetriebnahme und Bezahlung der Investitionen bis spätestens 28. Februar 2022 erledigt haben. Investiert ihr mehr als 20 Millionen, dann habt ihr zwei Jahre länger Zeit, nämlich bis zum 28.02.2024. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt gerne auf Gefällt mir und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.